Wie wird der Kondensatbehälter eines Wäschetrockners entleert? Kondensationstrockner haben einen Tank, der nach jedem Trockengang entleert werden sollte. Seien Sie sich bewusst, dass beim Entfernen des Tanks kein Schraubverschluss auf dem Behälter ist und das Wasser warm sein kann. Der Behälter sollte daher aufrecht gehalten werden. Schütten Sie das Wasser in die Spüle. Es kann Waschmittelreste, auch Weichspüler enthalten und ist für weitere Anwendungen wie Blumenpflege, Bügelwasser usw. nicht geeignet. Setzen Sie den Behälter anschließend wieder in den Trockner ein. Bitte folgen Sie diesen Schritten. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung. Zusätzliche Informationen zu unseren Reinigungs- und Pflegemitteln finden Sie auf unserer Webseite. Hier können Sie auch einen Technikerbesuch online vereinbaren. Veränder man den Kader im mourning期zen. conversations